Wuhu! Hey ich bin weder erster! La 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 la. Fuck. Fuck. Gewin residemalne Kassner! Mein Platz! Ja doch! Ich kann immer so gemein lachen! Oh! Fuck 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 fuck! Geh weg! Geh weg! Gemeinheit! Das gilt es nicht! Du Cheetah, du feste Treppenhof! Du Cheetah! Aua! Och Mann, jetzt bleibt er auch noch an der Treppe hängen! Komm! Mann! Jetzt bleibt der Vogel an der Treppe hängen! Na, 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 na. So! Na! Wer ist denn jetzt Erster? Du bist Erster? Wann hast du mich denn überholt? Ich hab gar nicht mitgekriegt! Du hast die Sprüche geschafft! Ja, ich schaff die nicht! Ich schaff den nicht. Ich quäl mich hier hoch. So, da bin ich wieder. Jo. Willst du leckere Cookies? Lecker? Am Spielverlauf hat das sowieso nichts geändert, ob ich jetzt weg bin oder nicht. Von daher. Was? Bist du Ziel? Wie viel? Ficken! 300. Ficken 100. Nein, 350. So. Wenn nur die Noten im GTA so billig wären. Sascha hechelt sich ein. Nein, 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 nein. Ah, fuck, ey, man. Shit. Mir wird schon, ey, ganz ehrlich, mir wird schon nicht mal mehr angezeigt, wer er es da ist, einfach, weil es für mich total uninteressant ist. Oh, kacke. Fuck. Mann! Wenn ich noch vierter werde, dann lache ich mir ja an Affen, das dürft ihr aber glauben. Glaube, das wird nicht passieren. Die verfickten Affen lache ich mir dann. Juhu! Äh, nein, 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 nein. Weiter! Hab ich da gerade, äh, anstößig weiter gehört? Was? Anstößig weiter? Weiter, weiter. Pump, 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 pump. Das strengt mich jetzt noch an, das ist noch die letzten Meter, ey. Hier im Marathon. Boah, dann haben wir zwölf Stunden. Ja, Ziellinie, ich seh die Ziellinie. Bist schon im Ziel, glaube ich, was war? Klar, schade. Du bist im Ziel. Ich bin auch im Ziel. Juhu! Und Stefan? Ach, da fährt Banane. Schauen wir ihn mal. Schauen wir mal, was er macht. Schauen wir mal, was er da so treibt. Äh, da brauchst du gar nicht schauen. Nein, du hast keine anstößigen Wörter gehört. Ich hab gesagt, äh, Film-Aus-Dreifuchzig. Ja, mit deinem Film-Aus-Dreifuchzig. Ich hab gesagt, ich, 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 ich lach mir einen verfinzten Affen. Einen verfinzten Affen. So, gehen wir auch noch mal eben was zu trinken. Ja, nix anderes. Nichts anderes. Anstößige Wörter kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Stefan. Ich hasse dich. Ich bin nicht mal in Runde 2. Nein, nein, nein. Ich, hey, ich. Nein. Was macht er denn da? Er quält sich da die Dingsdruck. Das ist kluffig zu hören, wie auf die Tasten. Nein, Mann, ja. Hier. Da. Es ist aber auch kluffig zu hören wie auf die Tasten. Guck mal, Mann, ich, guck. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ja, ja, ja. Und jetzt noch dazu die Benny Hill Musik. Das wäre jetzt einfach dick top. Ich hab verfilzt gesagt, Anna, ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was anstößige Wörter sind. Verkacke, kacke. Wann? Schau dir das an. Das sieht aus, als würde ich mich mit meinem Fahrradsattel befrieden. Was machst du denn da? Was machst du da? Freiheit. 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 Oh, Gott. Ich fahre jetzt in den Sonnenuntergang. Weeeeee. Ich spiele jetzt bis zur Ende GTA. Ja, ja, klar. Die letzten zwei Stündchen. Aber machen wir jetzt halt bis hin hier die Rennen. So. Ich weiß gar nicht, wo hier Stefan, äh, wo hier Bananin fährt. Stefan, komm mit. Komm mit. Wir befreien jetzt. Das Rennen ist zur Ende. Okay. Oh, Mann. Herrlich. 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 Die Mucke passt perfekt. Ja, das stimmt. Das ist so. Ey. So, Prost nochmal an alle. Und erstmal... Prosteschön. Danke, dass ihr alle da seid. Hol mir jetzt auch ein Bier. Wir haben zwei neue in der Lobby. Wie zugesehen haben. Wir haben zwei neue in der Lobby. Die neuen. Die neuen. Die neuen in der Lobby. Welche zu sehr waren am längsten dabei? Das war Consumer. Consumer ist am längsten dabei, ja. Welche zu sehr waren am längsten? Consumer hat den längsten. Ja, Consumer hat den längsten. Das ist die Musik zu meinem Leben. Was ist das denn? BMX Golf Course Stunt. Ähm. Nein. Äh. Nein. Ich. Äh. Och nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Socke. Was machen wir? Socke, was machen wir? Wir bauen in der Nase. Es ist alles dabei. Oh, Bananata, aber ein schickes Hütchen. Ja, den Fedora, der ist doch toll. Wenn ich schon sehe, wie wir da alle auf dem Bike sitzen, das ist, äh, ja. Freiheit, Willkommen zur Letztpray Live Show. Hey, King Kong. Ah. Warum kann Sascha schon wieder an die Harte? Warum kann Sascha schon wieder an die Harte? Keine Ahnung. Warum kannst du schon losfahren? Oh, das war eben ein Glitsch. Du Ratte. Das war eben ein Glitsch. Oh. Oh. Ähm, 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 ähm. Oh. MMORPG. Boah. Nein. Wollte mich verarschen. Mann. Mann. Was, wie soll ich denn da raufkommen? Da komm ich nie im Leben rauf. Was ist das denn? Afro-Zirkus. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Circus Afro, Circus Afro, Pugetit, Pugetit Afro. Geh weg da! Da komm ich doch nie im Leben hin! Wie soll ich denn bitte da... Au, 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 au. Ich fahr jetzt hier einfach rum, das ist... Ich fahr jetzt einfach rum, wie soll ich denn da oben raufkommen? Oh, nein! Mann! Und die Affen im Radio erzählen mir was von Yoga. Ja, wie so Haare föhnen. Was, wer föhnt Haare, was? Ja, sie ist ja die nasse Anna. Ach so. Ne, das ist Anna-Nass, also lustig. Wie komm ich denn da in den... Aaaaah, Mann, 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 Mann. Wie soll ich da raufkommen? Ich spiel ein bisschen, ich spiel... Ganz ehrlich, ich geh ein bisschen schwimmen. Tschüss. Da, 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 da. Ich fahr voll duschen, kennst du nicht, oder? Ich fahr jetzt, ja doch. Äh, ich komm den ersten, den ersten, schau ich, aber den zweiten Sprung schau ich irgendwie nicht. Weißt du was, ich überspring den Sprung einfach, dass du nennst und mach das Rennen an einer anderen Stelle weiter. Ja, aber du musst ja, warte mal, ja, du hast doch gar keinen Checkpoint, den zweiten. Ja, ich weiß, das ist aber wurscht. Ey, ich geh jetzt schwimmen. Hm. Ich bin eher der Badetyp, ja, ja, ich geh auch lieber baden. Eine Schiff von dir ist das sicher, eine Schiff von dir ist schön. Obwohl, ich geh eigentlich beides, ich geh beides sehr, sehr gerne. Ich mag baden. Wieso, wie, wie soll man denn da raufkommen, bitte? Hauptsächlich deswegen, weil ich zu faul bin, zehn Minuten zu stehen. Das muss mir mal, der, der, der das Spiel, äh, der das, die Karte gebaut hat, der muss mir das mal zeigen, wie der da raufkommt. Ich fahr im Kreis jetzt, ich fahr im Kreis. So, bis gleich, ja, bis gleich. Was, bis oben? Viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück. Mann, die außen sehe ich. Oh, du warst. Oh Gott, die können so mal vom Baum fallen sehen, das hat total geil ausgessehen. Na toll. Ja, super, ich liege hier. Und Tobi weiß, wie man da raufkommt. Ja, dann lass, dann lass knacken. Komm. Wie kommt man denn da rauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie man da raufkommt. Ich weiß es doch nicht. Tobi, lass wir an. Tobi King. Ja, ich hab ihm gesagt, er soll kracken, äh, kracken. Knacken lassen, hier. Ja. Ich will es wissen. Also, wie gesagt, Container. Äh, schub ihn nicht runter, Alter. Ja, natürlich. Wegen dem Vogel, ey. Mann. Mit Hex kommt man da rauf, sagt er, ja. Mit Lex Witch. Ja, Lex, genau, Lex Witch. Den haben wir ja auch alle hier. Hui. Hui, ich begatte gerade die Gartenmöbel. So scheint es mir. Ach, wie ist der Mann, Sascha? Ja, wenn du mir dann... Klangkasten hat das Rennen beendet. Sascha, wenn du es beendet hast, dann kannst du mir zuschauen. Ich spiele jetzt wieder Freiheit für die Wahl. Wie bist du denn da rübergekommen? Hui. Nur auf dem Hinterrad, da zieh ich nach hinten, oder was, ne? Äh, bitte, 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 bitte. Das muss ich erst mal ein bisschen... Das muss ich, äh... Das muss ich, das muss ich, äh... Das muss ich, das muss ich, das... Das muss ich, das... Das muss ich, das muss ich, das... 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 Ah, scheiße. Ach, ich nehme ein erfrischendes Bad, springen... ich fahr zu den hollywood studios ich bin jetzt bei facebook ich liebe die mission wo man mark zuckerberg den kopf man fack bis sascha fertig ist versuche ich so weit weg zu kommen wie es geht und wenn er dann bei mir alles klar ja dass das ja das funktioniert wenn sascha dann bei mir zuschaut denkt dass ich wie ist der depp dahin gekommen was macht der trottel da okay mit dem nach vorne und dann nach hinten das ist ein guter tipp ich mache ausflug schöner dach für den ausflug das ist jetzt ein scherz oder ich will einfach dass der dass der dass der sascha sich denkt was macht der depp wie ist da hingekommen ja ein ziel so guck mal wo ist denn wo tun denn banane rum gucken wir mal der ist bestimmt am anderen ende da wo fährt der denn da oben da wo bist du denn freiheit 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 so gut ich bin schon gut ich bin schon gut auch sein Knopf drücken über die ganze Zeit. Oh, jetzt der Sprung, jetzt der Sprung. Achtung! Oh, geil. Schicke Schlappmasser, äh Schuhe. Jo, die sind geil, ne? Die Musik passt voll als die Hose. Oh, Mann. Hey, eigentlich müssten, müssten Erfolg geben für Typ am weitesten, denn davon entfernt ist irgendwas zu reißen. Freiheit! Naja, ich enthalte mich meiner Stimme. Das hat Anna jetzt verpasst, die Arme. Ein Loot auf dem BMX-Bike. Drei von elf. Are you serious? Prost! Prost zusammen! Nein, Roofdrops. Hey, ihr wisst, worauf das Rennen jetzt hinausläuft. Ja, Rooftop-Drops. Ne, das meine ich nicht. Das ist alles mit dem Rad. Ich werde gleich... Warte, wo ist... Ich will die Metten grün haben. Ich muss nochmal ganz schnell auf die Toilette. Bis gleich. Mach das... Renngelb! Eineinhalb Stunden. Hau rennen! Lass krachen! Hallöchen Smurux! Smurux! Sooo... Komm, 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 komm. Also, ey, ganz ehrlich, ihr wisst doch, worauf das hinausläuft. Ich werde gleich am Anfang woanders hinfahren. Wenn ich's überlebe, wenn ich's kann. Komm, komm. Hey, ich will mitmachen, wartet auf mich! Wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Wieee... 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 WIEEE! Mat, wie schaust du... Freiwilli! Freieheit für die Wahle! Oh Mann! Da fällt mir eigentlich nur eins an. Da kann ich jetzt nur das aufziehen. Ich hab selbst dort begangen! Ich würd' sagen, ich hab mich so bisschen... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d.. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! OHHH! wie soll ich bitte darüber kommen herrschaftszeiten über das leiberspiel was spiel das leiberspiel spiel das leiberspiel kann das nichts anderes sein einfach nach vorne drücken und nach hinten ziehen und dann gibt's schon die jetzt am besten noch irgendwie mit mittelfinger zeigen im flug was ist wo ist der check was ist das denn hey ich fahr das hoch aus hinunter ja das bin ich das bin ich vorhin auch aber das bringt ja nicht viel das ist der scheiß nein das kann was werden da hast du vollkommen recht nein jetzt fahr ich schon wieder in die falsche richtung ich bin froh dass die leute mich nicht sehen sonst halten die mich für einen kompletten follow-up nein 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 doch 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 ich habe den sturz ich habe den sturz vom haus überleben ok ich war gut ich war so schnell dass ich gegen irgendeinen gegen irgendeinen scheiß gerannt bin und dann tot war aber ich hänge fest hier mit einem ich habe ihn überlegen ich habe selbst mal begangen ich hänge mit einem ich hänge mit alter was ist denn hier los ich hänge voll das gibt es auch nicht selbst noch begangen ja ja am arsch das ist der trottel der bei uns in der dieser kamayoyo 2015 das ist der der mir da und anfragen schickt ich habe den checkpoint ich fahre jetzt ums hoch ausruf bitte wo muss ich hier falsche richtung ist mir doch egal ich bin platz drei ich nicht du kannst mir dann ja wieder zuschauen mal gucken ob ich überhaupt alles ankomme der baby bit dvd of mann der fasse ich das überlebt das hat auf jeden fall cool aus gesehen Ja, da ist schon mal der Nächste Checkpoint. Da ist auch der Nächste Checkpoint. Ist das richtig? Das war falsch. Das war falsch. Ich war's nicht wohl halt. Wo ist denn der verdammte fucking Checkpoint? Ist das wieder hier so? Cowabunga! Oh, nein, 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 nein! Oh Gott! Klangkasper kann ja mir jetzt mal zuschauen, was ich für einen Scheiß baue. Klangkasper ist doch schon durch, okay? Ich auch gleich! Oh nein! Ich stimme mit dem Checkpoint, aber er zählt den nicht, okay. Ja, weil ich nur die Etage tiefer bin. Oh Gott! Oh Gott! Du 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 so ah da ist er gerade okay ich habe mal was er treibt drehwurm ich krieg ein drehwurm ich flieg komm komm oh schade hey anna da bist du wieder hast du was verpasst wie ich hab's nicht beendet hey ich hab das am besten beendet ich war der hey das müssen wir noch mal machen noch mal ein paar bbx rennen ich will wieder wegfahren ich will wieder wegfahren freiwillig freiheit für die wale ich habe eindeutig einen knall das merkst du aber früh wir haben ein knallrotes gummi bot in diesem gummi buch weil wir hinaus die leute dort danke 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 aber zum bedanken er gibt später noch was soll dir alles erzählen muss sagen wir es so wir waren ein ausgleichen das erste hindernis gespielt geschafft habe und dann bin ich halt mal die autobahn die anderen das rennen beendet haben nicht am ende der map gelandet und los geht's die kaoten unterwegs war ein bananen startet direkt vor seiner palette das spiel ich kann nicht hier machen was gut oder einfach scheiße ihr müsst mal unten bei sascha in den stream schauen wir auf die selbstmord begehe nein mann ich hätte gern einen selbstmord counter von jetzt an übernimmt das wer unter 100 es geht mehr geht nicht okay und wenn wir mit zählen möchte das war nummer 2 wohin ich weiß nicht spring ab die land vom aufkommen stirbt man immer ich habe das blöde ist ich habe ich habe kaum ausdauer ich kann kaum fahren und deswegen verkackt ist ein gnadenlos hier bist du hier hey ich bin schon gleich im ziel wuhu ziel dir du kannst mir wieder zugucken wie ich hier den piloten spiel ja wie gesagt das problem halt bei dem outlast film auf youtube ist halt dass der asynchon wird nach ner zeit ja aber freut mich dass er dir gefallen hat so Auaauauauauauauauuu pul. Hey aaaaaaiou au au eu aaaaaaauuuu alu awumiil. Piiiiiiii Acha, ich hab keine Lust mehr so. So, ich warte, ey, die guck mir zur. Okay, warte mal. Ha, 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 ha. Dass das Dingai wieder runtergefallen ist. Der Typ, ey. Der Typ. Der Typ. Oh, ich hab mich verklinkt. Scheiße. Warum krieg ich keine Kohle? Ich hab einen viel höheren Unterhaltungswert als ihr. Bist du dir da ganz sicher? Im Moment ja. Are you serious? Jetzt kommt wieder BMX, oder? Oh, schon wieder Campus Crossover. Ich mag nicht mehr. Jetzt kommt die richtig geile 80er Jahre Mucke. Socke möchte, glaube ich, nicht mehr fahren. Möchtest du mal fahren? Nein, 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 nein. Ich möchte nicht mehr. Ja, Mann. Wir wollen fahren. Socke. Socke. Socke will fahren. Socke will fahren. Oh Gott. Da passen wir doch gar nicht alle durch, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Mach deinen auf, Kühl. So. Hey, Sascha, du... Sascha, du...